Ladies and Gentlemen, welcome to German Pussy Gaming. Ich will doch springen. Was musst du machen? Fünf Schüler mit einem Fokustick treffen. Ich habe erst zwei. Wieso habe ich erst zwei? Ich finde das so laut, ey. Wie schön. Setz dich eins, dann lasst du direkt neben mir. Bist du im Haus drin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weiß er ja. Da. Ciao. Och. War echt irgendwie... Etwas dir auch benutzt. Ja, ich weiß. Ich muss immer ein bisschen ausweichen. So. Er hat übrigens geruckelt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ruckelt. Und wenn, dann ist es mir egal. Wir landen trotzdem hoch. Weil das Spiel lustig ist. Außer es ruckelt so stark, dass man es nicht angucken kann. Nicht wahr? Ja. Ich bin ganz konzentriert. Ansonsten läst du. Läst du hoch. Das Konzentriert. Quail, warum ist er denn konzentriert? Wieso treffe ich denn die nicht? Jetzt hat's. Mission fehlt. Haha. Hä? Hä? Da bist du ein bisschen accomplished. Achso, meine müssen uns gefälscht hin. Ich bin schon fast wieder tot. Und über deine Aufgaben. Boy. Leck mich. Ich hätte keinen Bock, Aufgaben zu machen. Ja, musst du aber. Ja, muss ich. Ich weiß, aber ich mache jetzt erstmal noch was anderes vorher. Stimmt. Ich gehe nochmal Shopping. Million. Verstehst du? Verstehst du? Startup Food Fight in the Cafeteria. Wie kriegt man denn Geld eigentlich? Du musst finden. Du musst die ganzen Spinte ausräumen und so. Mit Schülern quasi das Haschengeld rauben. Ja, genau. So. Oh, was habe ich da gefallen? Dynamit? Du spinnst. Ja, ich habe davon 35 mittlerweile. Echt? Ja. Wenn nicht Dynamit, das sind einfach so Firecracker. Ich hätte es bekommen, irgendwas grünes. Ja, das sind die Stinkbomben. Die braucht man auch für eine Mission. Ah, okay. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, wie man diese blöde Rakete launcht. Aber das werden wir auch noch irgendwann rausfinden. Ja, hoffentlich. Weil ich habe ja ein Feuerzeug gekauft im Shop, aber wenn ich das Feuerzeug benutze, nimmt er immer diese Spraydose her. Ah, okay. So, jetzt habe ich 35 Geld. Jetzt habe ich extra nicht die Waffe benutzt, weißt? Ach so. Der ist hier, ey. Für sie. Ich bin weg. Na, warte. Das ist für eine Aufkarte. Hey. Ah. Ach, komm. Aber wie soll ich denn hier ein Foodfight starten, bitte? Wieso hast du eine Schinkbombe geworfen? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich treffe dich vielleicht. Ups. Ups. Warte mal kurz. Ich will das hier erstmal. Was willst du? Warte mal. Warte mal. Ah. Ah. Es ist mir schon klar, dass du erstmal deine Aufgabe machen willst. Aua, der Schüler schlägt mich. Ja, weil du den getroffen hast. Geh weg. Ich habe ihn abgeworfen. Ja, jetzt darfst du dich haben. Keine Ahnung. Ich will echt den Schüler da haben, der mich geschlagen hat. Toss auf Paper Paper. Er hat mir die Principles Office. warum du mich so oft geschlagen hast ach quatsch immer haut damit dieser lukas ja da ist er ja der louis was passiert wenn ich da rein landen keine ahnung ich bin instant gestorben oder was ist das denn wo ist er hin warum dreht sich dieses menü denn so blöd es geht wohl ausgewählt stil aber ich will was du jetzt es geht weiter wenn ich meine Waffe in der Hand ich hab ja auch ich tut ja nichts ich kann es nicht richtig drehen warte mal kurz alter was war das feierkröcker ja jetzt kommen die cops ups das ist auch unter die welt gefallen ne ich bin gestorben aber an was an mir selbst du weißt dass die cops sich jetzt verfolgen oder mich ja du bist ja der böse Schüler da ist der cop der hat dich geschlagen aber warum denn ich hab mich auch geschlagen da kommt es mir was machst du denn alle das ist mir ein bisschen anstrengend jetzt ja aber wenn ich jetzt noch eine schaffe dann hast du gewonnen wo ist er denn wo ist er denn abfolge anderen sachen markiert ja du musst dir erstmal einen ähm paper plane holen aber ich hatte ja schon eins du hast schon eins ja ich hab alles schon was es im spiel gibt oh das wird ein haushoher sieg haushoh wird er aber wenn ich nicht mit einer guten waffe gespielt habe mach du mal das nächste mal ohne die waffe schau mal weiter schau mal weiter äh 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 jetzt bin ich auch tot hierher geflogen ich dachte das ist jetzt schon vorbei ich dachte das ist jetzt schon vorbei nö die library ist doch da hinten ah da hieß oder müsste so gut ich glaube ich bin auf dem dach von der library gut ich glaube ich bin auf dem dach von der library der library manager ist der markiert bei dir? äh 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 das war doch mal erfolgreich würde ich sagen ich mach ne neue so ich komm rin mach du schon die erste aufgabe ne kann ich auch gar nicht die erste aufgabe du bist ja erst aktiviert oder? ah ne und dieses rad ist hier so scheiße die erste geht immer sofort los da ja wie geht das? kann ich irgendwie höher... kann ich irgendwie höher springen oder was? ne ah ok alter ich hat's auch weggefetzt das ist das gute ist dass es nicht schlimm ist wenn man stirbt ja oder dass man zeit verliert bist du schon tot? ja ja äh der bogostick ist verpackt wieso? ich bin doch nicht tot kannst du mir helfen max? wo? äh du hast mich über die mauer drüber geschossen ja dann lieg ich jetzt warte ich komm oh wo ist denn der schluss im ah ok hat er dir liegt ey wo? über welche mauer denn du überhaupt? ach man wie komm ich dann nicht mehr zurück in der warte du weißt gar nicht wo du bist ah jetzt so wo hüpft er denn rum? da hab ich ihn gehört ist gar nicht so einfach hi max hi ciao ja stammt äh du hast ihn nicht gibt's doch nicht jetzt rüsst er mich jetzt ist er tot ah ja wie viele pfeile hier rumliegen ich schaffe ich dieses mausrad funktioniert bei mir nicht richtig äh dieses auswählrad ja der mutter muss er da einfach rein klicken Ja, so einfach geht das nicht. Ja, eigentlich schon. Wahrscheinlich ist das nichts, bringt mich abzuschießen, solange das Ding noch nicht gestartet ist, weil... Ja, du bist auf mich zugekommen, ich hatte Angst, dass du mich haust. Ja, ich bin zu den dreien, du hattest ihn gelaufen. Ich hatte Angst. Schau, jetzt läufst du auf mich zu. Ja, jetzt halt. Bist gestorben, oder? Nee, ich bin noch nicht, ich leb noch. Ja, noch. Ich bin bald langsamer. Ich muss gar nicht. Schneller. Bist du nicht Polizist? Wieso bist du eigentlich kein Lehrer? Warum nicht? Ja, ich hatte ja gehofft, ich hab ne Knarre. Ja, klar. Jetzt bin ich tot. Du auch, oder? Ja. Wollen wir jetzt mal weitermachen? Hi. Geht's mir langsam. Na komm. Alter. Alter, bist du weggeflogen. Wo bist du denn hin? Und gegen die Straßenlaterne. Ich liege hier am Boden und kann mir ja nicht aufstehen. Wieso kannst du nicht aufstehen? Ja, Mama geht's nicht. Mein Mann geht's nicht. Hey, Geld? Danke. Kann ich jetzt, oder wat? Hey, warum hast du das jetzt nicht aktiviert? Ja, weil du mich jetzt abgeschossen hast. Hey, ich hab dich nur einmal getroffen. Nicht die Waffe. Alter, wir haben gesagt, nicht die Waffe. Ich hab gesagt, du nicht die Waffe. Ach so, ja genau. Ja klar. Nee, das ist unfair. Dann nehm ich auch die Waffe. Nein, das war ja nur einmal. Jetzt. Ja genau. Und dann bin ich so weit weg, dass ich dich nicht mehr von der, äh, dings, ja, abhalten kann. Du hast die Waffe auch einmal benutzt. Wann denn? Habe ich als Videobeweis? Nee. Doch. Dem spiel jetzt nicht. Nee, dem nicht. Ich weiß nicht, aber nicht mehr vor. Hä? Was war's denn jetzt? Upsi. Du weißt, wo du hin musst, oder? Nängstens hast du die Cops jetzt auf deiner, auf deiner Fährte. Ich war ja schon da, wo ich hin muss. Du musst nicht ganz verstanden, was ich machen muss. Hä, wieso weint er denn halt nicht? Natürlich nicht. Jetzt weint er doch. Alter. Du bist ja immer selber wie, du Idiot. Ist doch egal. Oh, der Kopfschlau. Hä, aber man muss ja nur mit diesem, man muss ja nur mit dem Teil die Leute abschmeißen, oder nicht? Max. Mit welchem Teil? Mit dem Kuchen? Ja, eigentlich schon. Das hab ich gemacht, sonst ist nichts passiert. Vielleicht nicht getroffen. Ah, jetzt ist es vorbei. Ey, wieso ist jetzt der Polizist wieder weg? Oh, hi. Ich hab kurz gesehen. Was, hi? Ah, warst du auch tot? Ah, da ist er ja. Zaudert dich. Warte mal. Ach, weil ich dachte, du wärst es deswegen. Ach so. Haha. Na ja. Alter, der Druckbriller hat sogar mich da oben gehauen. Lebt der Polizist noch? Ja, die Spins sind umgefallen. Was soll denn das immer? Schüsse. Wo läuft denn der Polizist hin? Keine Ahnung. Rand einfach weg. Willst du nicht deine Aufgabe? Activaten? Ich weiß nicht. Stehst du da schon wieder und kämpst da? Ja, ich hab aber mein Chatpack auf dem Rücken, also kann ich dir nicht wehtun. Du bist hier gleich tot. Ja, oh, ich bin ganz friedlich. Da geht sogar... Deine... Deinen Hass. Ich bin auch in Ruhe. Ne, ich laufe dir zu der, ja. Ich kann in diesem Rad nichts auswählen. Schlechtes Ziel, gell? Ja, voll. Alter, warum treffen wir halt eigentlich gar nichts? Ja, du hast dich auch getroffen. Ja. Bist du tot? Ne. Alter, ich hab dich voll getroffen, Mann. Und zu treffen muss man stehen bleiben und wenn man stehen bleibt, wird man getroffen. Ja. Man kann sogar am Liegen schießen, übrigens. Stimmt. Das zieht irgendwie kaum Leben ab. Ja, endlich. Schnell weg von dem Dach hier. Hi. Wollen wir mal einen Fistfight starten? Kannst du mal nicht mehr hinterherlaufen die ganze Zeit? Ja doch, natürlich. Hey, das ist Lukas. Ja, ihr. Nicht cheaten. Sonst gibt's eins mit dem Baseballschläger. Ich kann in diesem Rad nichts auswählen. Wie geht denn das? Hey, du musst einfach nur drauf und... Jetzt, warte doch mal. Du musst einfach nur drauf gehen mit der Rauf und klicken. Nein, Max. Nein. Weil sich bei mir das nicht dreht. Ich hab da keine Maus und gar nichts. Das dauert bei mir ewig lang. Das geht doch bis jetzt auch immer so. Nein, das ging noch nicht richtig. Das nervt mir nur die Hände, das läuft die ganze Zeit. Ja, aber ich muss dich ja an deiner Aufgabe hindern. Ja, hindern aber nicht, indem wir herlaufen. Ja, aber ich kann dich ja sonst nicht auf der Aufgabe hindern. Ja. Äh. Was? Ich kann dich nicht besiegen, außer so. Ich kann dich nicht besiegen ohne diese Waffe. Und nicht mal... Oh, nein, ich bin im Boden. Okay. Bereit zu schauen, wenn du dich kurz verlierst? Äh, weiß ich schon. Jetzt muss ich sterben wegen dir. Ja, ich muss auch schon öfter sterben wegen dir. Dieses Mausrad, du wirst es in der Aufnahme sehen, es funktioniert nicht. Ach, fick dich. Achso, ich hab's geschafft. Ich hab's sogar noch gefunden. Ich wollte dich gerade wegballern. Ja, wie komm ich jetzt hier wieder raus aus dem... ...Papierflieger? Äh, einfach den Papierflieger abstürzen lassen. Ja, ich hab'n schwarzen Bildschirm jetzt. Ich hab'n schwarzen Bildschirm, Max. Äh, wenn du auf Escape gehst und so? Nö. Warte mal, ich schau mal, wo dein Charakter ist. Drück mal L. Ja, wahrscheinlich, weil du mich getötet hast, während ich in dem Ding drin war. Drück mal L. Ja, passiert nix. Ich glaub, du hast mich getötet, während ich in dem Papierflieger war und dann hat's... Ja, aber das gibt's ja, das geht ja eigentlich normalerweise. Naja. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert uns und... Hahaha, ist die Zeit schon rum, oder was? Ja. Ja, aber ich werde jetzt hier nix mehr gehen, was wir mal denn machen. Wie viel Aufnahme haben wir denn? 20 Minuten. Okay. Also, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns gerne und dann sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Sonntag, wenn wir wieder was Spezielles für euch haben. Bis dann, ciao! Ciao!